genug ausgeruht würde ich sagen und willkommen zurück zu einer neuen aufnahme session die letzte ist noch nicht allzu lange vorbei das war gestern abend ich bin gerade aufgestanden bin noch ein bisschen müde aber habe mir da kommen spielst du weiter und dann stelle ich gerade fest dass es gerade schweine dunkel wird nicht ich muss noch kurz meinen marken setzen hier und dann packen wir unsere funsel aus die war auf öffner ja dann ist sie und dann schauen wir mal schnell bevor wir nachher gar nichts mehr sehen auf der karte wir müssen richtung süden das wird wieder eine lustige geschichte warum reite ich eigentlich nicht über gespannt wie viele skull bulls wir einlaufen da habe ich schon welche gesehen ja vielleicht finden wir auch zwischendurch mal ein lager mit damit mit matte wo uns dann wir auf den schnurrbart legen können das wäre toll alter ist das dunkel 20 48 das heißt die nacht fängt auch gerade erst an ich will auf jeden fall mal eine uhr siehst du da geht es schon los was soll ich sagen ja ich will auf jeden fall meine stärkere lampe haben alle jungs da läuft übrigens so geht er mir her ja ihr macht das schon alter hat er mir eine versemmelt komme ich da hoch die ist auch freundlich das ist gut ah da hinten licht und ich hoffe eine kleine matte keine matte das heißt wohl dass wir wirklich dass wir wirklich hier durch die nacht straps müssen wieder kommst du hoch danke das passt gut weiter geht es lander als super micro die ist auch gleich hat auch gar kein wasser mehr wir müssen mal kurz hier links schwenken vor mich das vier ab wirft da hinten haben wir auch schon wieder licht das auch schön so und action ist da hinten alles klar so hast du noch wasser gesoffen können wir wieder raus hier guck mal hier schön blumenbeet ja und da können wir uns aufs ohr hauen super ja los aufs ohr hauen tja was erzähle ich mir jetzt die ganze zeit lang ich glaube ich mache hier mal eine kleine vorspul so eine kleine vorspulaktion habe ich noch nie gemacht ich probiere das jetzt einfach mal aus wir sehen uns dann gleich wieder na Untertitelung des ZDF, 2020 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 um das ruckeln zu verhindern könnte ich meinen zweiten monitor ausmachen aber ich habe da gerne das order city laufen dann sehe ich auch wenigstens wie lange ich aufnehme das muss ich immer mit dem handy umhantieren das nervt dann nehme ich doch lieber den einen oder anderen ruckler in kauf sind ja jetzt nicht so viele occupien ab ich werde von einem wahnsinnigen igel verfolgt zu hülf zu hülf ist er weg so ja schön geparkt so wir wollten auf die karte gucken wir wollen auf die karte gucken so sieht es aus alles klar dezent süd 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 west und was werden wir in der stadt tun wir werden unter anderem wie gesagt nach einer neuen lampe gucken mal wieder dann werden wir uns mal in den crafting distrikt begeben und gucken was wir uns da mit tolle sachen zusammen basteln können ich glaube es werden noch nicht allzu viele sein weil wir haben auch noch nicht allzu viele acht eilen cubes haben wir 11 nuggets haben wir sitzen noch so wild aber dann vielleicht ein maximum zwei teile bei rausspringen tja vielleicht sollten wir zwischendurch wenn es denn hier überhaupt höhlen gibt im dschungel muss noch die ein oder andere höhle angucken und damit meine ich nicht solche tunnel hier das bringt eh nix wo der weg durchläuft was haben denn hier hoch und tisch ich weiß was haben wir denn hier leider keine ärzte na gut aber da haben wir schöne gebirge moment erst gucken wir mal hier ums eck ach so das ist wieder weg zwieblinge aber dass hier das sah so aus als ob sie eine höhle reingeht ja wie gesagt es sah so aus schade zwieblingen gehen wir aus dem weg wir haben ja jetzt einen anderen plan fürs erste ja plattfuß im dschungel da ist er wieder aber 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 hört auf hört auf hört auf das tut ja gar nicht so weh hallo also mit den anderen kann sich ruhig prügeln dass mir latte vorsichtig hier runter und dann gehen wir auf dem weg was soll es kommt er führt ja ins dorf herrlich hier hola 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 chicas die einzelne palme da oben das hat auch was stylisch ich hätte gerne ein paar erze da oben schon wieder hier könnte ich mir vorstellen urlaub zu machen was sind das dahinten ich glaube so nah haben wir noch nie gesehen das lief röner hab ich nicht was für die frau war dann mal warte mal warte mal warte mal warte mal sind wir hier gedöhnt wir haben ein ginger tat ich muss jetzt noch mal kurz auf der leite liste gucken das ist für die patagei minz schokolade die habe ich letztes besucht lief röner minzschokolade zwischendrin machen wir hier hallo komm her ja supi wie sieht es denn aus wenn ich auf die reite extremst bescheuert wir nehmen dich mal mit aber wir gehen gleich wieder auf lakosti fürs display lasse ich dich mal kurz draußen so nimmt mich doch ich keiner ernst oder ich weiß überhaupt nicht ernst und nehmen tut mich keiner so nun nichts verkommen lassen und gleich schauen wir noch mal kurz auf karte hier gehen wir noch durch und dann schon auf karte hier mit den vier an vom höhlenausgang so karte wollte jetzt map time und wir sind fast da ich freue mich tippel die tippel die tippel ja und wenn wir dann in der stadt war der weitere plan ist ja mal wieder action suchen zu gehen ich sehe gerade ich habe komplett verpasst ich wollte ja nach der ersten folge einen kleinen karten machen und gucken ob ich das mit dem vorspulen hinbekomme da wird die erste folge kurze überlänge haben 20 minuten ich muss danach auf jeden fall karten danach geht es aber direkt weiter und dann können wir auch mehr am stück aufnehmen nur durch das pennen bevor ich nachher drei stunden aufnehmen und ich kriege das mit dem händler nicht geregelten den vorspulen ja nicht jode doof nicht jof deswegen wenn wir hier noch kurz bis zum stadtrand also man ja auch schon fast juhu logo da was die da sind wir und wir freuen uns sollte steigen mal kurz ab das ging wie so ging das dann sage ich mal ganz ganz kurz zu schüssen ich muss noch ein bisschen rumtüften